Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das Vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Boah! Also diese Risse sind Herausforderungen. So, versteckte Waddle Dees. Vier. Und wie immer drei Missionen, die wir selber rausfinden müssen. Okay, bisher ist das Spiel richtig lustig. Packe einfach alles ab. Igelmund! Hilfe! Ich glaube, ich hätte dich einsaugen können. Und dann die Igelkraft kriegen können. Was bist du denn? Entdecker! Oh, ich bin Scharfschütze dadurch geworden. Ist auch nice. So, hier gucken. Kann ich den Igel einsaugen? Aua. Igel Power! Genau deswegen wollte ich es haben. Weil Igel einfach nur cool ist. Hehehehe. Roll, 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 roll. Ich hab das auch. Nur ich hatte die größere Determination. Ich brauch einen höheren Punkt. Ich hab's geschafft. Da dran zu kommen. Okay, ich brauch den. Zack! Wurde die gerettet. Und genau unter den Steinen. Perfekt. Ich brauch wahrscheinlich eher den Entdecker als den Igel. An dieser Stelle. Also generell. Hilfe! Versteckte Ebene gefunden Ist dreist nichts vom Baumstümpfen Ja, das erledigt sich doch von selbst Habts Liegt dahin Kann man nicht Da ist eine unsichtbare Wand Der Scharfschütze Geschafft Bonus-Levy gefunden Die ist doch 100 pro was Hier wäre der Scharfschütze nochmal zu holen Oh, das ist bestimmt eine Challenge Zack Geschafft Wolle die Ich hab ein Wolle die gefunden Yeah Der Entdecker ist richtig cool, ne Vor allem hat man damit so einen gezielten Schuss Das find ich auch nochmal richtig cool Geschafft Oh, jetzt fehlt nur noch die letzte geheime Mission Die ist wahrscheinlich auch mit einem Model, die zu tun hat Oh Gott, oh Gott Lauf, Kirby Lauf Ignoriere die Viecher Lauf Woddeldi Ich hab dich Keine Sorge Kann ich in das Loch springen? Natürlich kann ich da reinspringen Die Frage, äh, die ich hätte stellen sollen Soll ich in das Loch springen? Tschüss, ich hab beide getroffen Das war nicht mal meine Absicht Oh, da unten gibt's wieder das Auto Oh, der Kirby Im Einsatz Zeit, alles niederzumägen Ich bin ein richtig guter Autofahrer Ich achte natürlich darauf Ob hier irgendwas versteckt ist Da war ein Woddeldi versteckt Aber es fehlt immer noch eine Mission Nein, ich lüüüü Hüüü Ich warte einfach um einen kurzen Moment Ich hatte einen kurzen Moment Ich fähr hier aber ganz gemütlich durch Sag dir dazu Ich hab schon wieder irgendwo was verpennt Fahr ohne in den Abgrund zu stürzen Okay, das war einfach nur so eine Profi-Challenge. Ich habe sie geschafft, ohne es zu wollen. Mann, bin ich gut. Einmal kurz simuliert, wie ich hier die Melodie spiele. Ja, Flamke, wie haben wir? Den Entdecker, den finde ich richtig cool. Ich will auf jeden Fall mindestens bis zum ersten Boss spielen. Ja, wir haben wieder alle Waddle Dees gerettet. Da ist ein Zeitriss. So nenne ich sie jetzt. Oder ein Raumriss. Können wir auch so nennen. Ja, zwei Prozent. Immer noch. Oh, man kann auch suchen. Ja, dann muss ich hier doch auch die Orte untersuchen. Was sieht für mich verdächtig aus, dass ich es untersuchen will? Ich wusste nicht, dass ich solche untersuchen kann. Hier, das sieht verdächtig aus. Igel Challenge, bitte. Angriff mit Kämpfchenfahrt der Rühr. 45 Sekunden habe ich dafür. Und ich bin nix bei Anderes als ein Bowlingpin. Ich muss piksen. Ich muss piksen. Einfach durchpiksen. Ich habe das Rohr verfehlt. Ich bin gut. Und ich bin gut. Bisher zumindest. Ich bin richtig gut. Trotzdem war das knapp. Der wilde Modus gibt einfach nur extra Punkte. Und wieder ein seltener Stein. Wo ich immer noch keinen Plan habe, wofür die sind. So. Da war der Automatenstopfer, Schatz. Da habe ich ja einfach hier diesen Schießmodus, ne? Zeit zum Ballern! Ich habe über 1000 Schuss. von Anfang an gehabt. Ich denke mal, ich kann einfach halten. Ich wollte gerade sagen, der muss doch springen können. runter. Da ist doch bestimmt auch ein Knopf, den ich drücken muss. Komm! Wir spielen hier auf Zeit. vor allem den Krömer kann die Dosen halt auch wieder aufsammeln, ne? Wenn sie nicht in den Abgrund fallen. Ich bin richtig gut. So. Nächstes. Der Feuerschatz. Schäumt irgendwas mit Kanonen. Flot und feurig. Auf zur Kanone. Sag doch, äh, Kanonen. Flot und feurig. Flot und feurig. Flot und feurig. aus dem Weg. Zeit zu fliegen. Das war mega easy. Also, der Feuerschatz, der war richtig easy. Keine Frage. So, ein Schatz haben wir noch vor uns. Feierfreie Ziele in die Ferne. Ziele in der Ferne. Und hier haben Sie sogar schon das richtige Kostümchen an. Jetzt muss ich scharf schießen. Ich hab schon mal eins getroffen. Das ist was Gutes. Ich hab endlich verstanden, wie man schießt. So, erst mal auf die. So, ich hab mich durchgeschossen. Ich hab bei dem Zweiten richtig hart reingeschissen. Deswegen muss ich noch mal. Sie seid geschürft, diesmal. Aber mit Abstand. Bencher machen wir es halt richtig. So und nicht anders. Im Übrigen, ich werde höchstwahrscheinlich nur das erste Mal hier zu streamen. Danach nehme ich das wahrscheinlich nur noch auf. Will ich mal hier erwähnen. Weg. Weg. Ich suche Secrets. Wo sind Secrets? Bumi, komm hier. Würmchen. Komm hier. Ich bin nämlich wieder ein Igel. Ich bin nämlich wieder ein Igel. Ich achte natürlich darauf, dass ich meine Nebenmission abschließe. Beziehungsweise überhaupt erst finde. Aber die Musik, die gefällt mir auch richtig gut, ne? Komm mal, ich hab was an mir dran kleben. Ich hab noch was an mir dran kleben. Komm hier, Mann. Sandwich draus. Die kleben auf einmal alle an mir dran. Kommt mal alle her. Ach, den Typen hätte ich doch bestimmt fressen können. Oder irgendeine spezielle Fähigkeit kriegen können. Geld. Wahrscheinlich irgendwie Knochen oder irgendwas in der Art. So, ausprobieren. Nein, nicht. Komm her. Oh, wahrscheinlich muss ich mit dem Knochen essen. Komm her, komm her, komm her. Schade. Und so macht man sie gefügig. dass sie an einen dran kleben. Also, bei Kirby gibt's immer und immer wieder richtig coole Fähigkeiten neu. Isst vier Donuts. Okay, ich muss Donuts essen. Komm her. Ich darf eskalieren. Boah, die Musik haben sie auch überarbeitet. Die ist richtig cool. Oh Gott, ich habe so viel mit reinklebt. Ja. Habe ich ihn. Ab den Hasen. Ich habe mich erst mal nicht gesehen. Klick, klick. Was ist das? Ich muss umkippen. Ich bin erfolgreich umgekippt. Okay, rechts sind Burger. Oh, nee, bei Burger soll ich rein. Äh, ich werde trotzdem gucken. weil ich es wissen will. Eins, zwei, drei, vier. Ich kann nicht wieder zurück, Leute. Hier gab es die Jägel-Fähigkeit noch mal und Feuer. Der wilde Eisbär Ich bin bereit. Der Igel ist halt so cool. Nein, ich wurde gegessen. Ich werde dir ein. Jetzt bin ich der Eisbär jetzt friere ich euch ein. Muss das Level aber höchstwahrscheinlich noch mal machen. Sage ich jetzt schon. Save da hoch. Ich muss doch hier irgendwas machen. Hallo? Hallo? Spiel? Was genau wolltest du da oben von mir? Zack. Das Eis fliegt. Ach, da war wahrscheinlich eine Kapsel drin. Snowy! Den ich eingefroren habe. Stell dir vor, ihr schafft es einen Schneemann einzufrieren. Wie frustrierend muss das eigentlich für den Schneemann sein? Woldi! Ich habe dich. Ja, ich habe dadurch auch einen Woldi übersehen. Also, das nächste Mal muss ich den Weg nehmen, der mir angezeigt wird. Ich dachte, es sind verschiedene Wege, die ich einmal nehmen kann, aber nein. Das war ein Weg. da ist wieder sowas. Okay, Kuchen. Bei Kuchen muss ich abbiegen. Und da ist ein Geheimraum. okay, da ist nochmal Eiscreme. Oben rechts ist Eiscreme. Warum wird mir das nochmal gesagt? Achso, weil es zweimal Kuchen gibt. Und die ich dadurch den falschen Weg nehmen könnte. Ich habe bisher auch keine Donuts gesehen, ne? So, hier muss ich rein. ich habe diesmal den richtigen Weg genommen. Oh, nee. Ich kann das nicht tun. Ich kann sie zumindest nicht erschlagen. Ich kann ihnen nur das Essen wegnehmen. Als ob ich da nicht so wie besser bin, ne? So, habe ich irgendeine Aufgabe überhaupt gesehen? Ja, den Superkraft-Lolli habe ich gegessen. Zwei Donuts habe ich bisher gefuttert. Fehlt immer noch eine Nebenmission. Hm. Und dann wir erstmal in den Schrank. Komm! Oh Gott! Ich lasse direkt die ganze Wand umkippen! Ja, ich habe nur die Hälfte Missionen geschafft. Hier oben ist jetzt noch ein Donut und ich denke auf dem Weg wo ich hätte richtig gehen können, wäre erstens noch ein Woldy gewesen und zweitens noch Donut und natürlich muss ich durch das Center laufen ohne mich zu verirren. Äh. Das muss auch ein neues. Da. So, hier ist bestimmt erstens ein Woldy und der Donut. Danke. Danke, lecker. Woldy wurde gerettet. Jetzt findet nur der Donut. Wo ist der? Wo ist mein Donut? Das war nicht gemein. Das war auch nicht gemein. Hm. Bisher kein Donut. Auch der geheime Scheiter hat es nicht geändert. Also mir fehlt der Donut. Ah, hier habe ich den übersehen. Ich habe es umgebracht. Ich habe mein Schicksal erfüllt. So, diesmal habe ich die letzten drei auch gerettet. Na, Liene. Ja, Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.